Was läuft, was läuft, was läuft, eins gibt es die Damen und Herren, meine Freunde, willkommen zu einem Plan. Ich bin bald, ich gehe zur Toilette. Ich sitze gerade auf der Toilette. Ich weiß es nicht, ob ich höre. Ich bin so auf der Luft, ich bin so auf der Luft. Wir sind jetzt in Istanbul. Ich bin alleine, ich habe Busfahrer gepackt, wo ich gehen muss, aber leider hat er mir nicht gesagt, wo. Ich weiß es leider auch nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg und gehe daheim. Ich bin zu Hause angekommen, eure Vater. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe Hunger. Aber sehr richtig, Junge, das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir was richtig Geiles gegönnt. Das fühle ich sehr, Freunde. Morgen geht es weiter für uns. Mal gucken, bis gleich. Auf jeden Fall, erst der Tag in Istanbul. Ich bin gerade in der Anfangszeit. Wie geht das wie vorne, ich gebe das Gesicht und bin schon auf dem Weg. Ausgelockte Weg. Ich mache das Ziel mit der Aufnahmen. Was war da, da habe ich aber gar nicht gemacht. Tade muss ich doch machen. Ja Freunde, übrigens gleich die andere Seite, also wir gehen gleich in die europäische Seite von Türkei, auf jeden Fall geben wir jetzt noch ein Fett aus Hessen, dann nennen wir euch dann auch mit. Bis gleich. Wir sind hier jetzt in der Moschee. Erstmal beten und so. Schreibt es raus. Richtig schön, erst mal freitagsgebildet mit mir und mit auch mit. Ciao. Spannung. Ja, zwei Paarstehs malen. Tags ist die Leiper. Der Segel ist mit. Über die Welt. Ich mache sie sehr gut, dann später bis in die Stadt und so. Ja, Papa. Sehr gut. Ich habe mir hier meine Zeit. Ich habe mir hier meine Zeit, es war die Milo. Aber danach ist es so malig oder nicht? Aber kennt dich jeder? Egal. Ich bin nicht hier oder ich bin. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Okay, wir sind nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Das ist ein Wetter. So Freunde ich bin jetzt zu Hause angekommen, Outfit of the Day, krank und entspannt, Kevin Klein, andere Bautasche, Böse Toze, chilliger Outfit auf jeden Fall, Böse, Böse, da Freunde, auf jeden Fall geht's, was zum Trinken kaufen, weil ich hier sterbe ohne Cola, ich sterbe ohne Cola, das ist ein bisschen schwer, da Freunde, jetzt geh mal vielleicht noch Cola kaufen, hier, Mama, Montclair, also wenn hier heiß sein muss, hier im total gibt's schon geile Sachen, keine schlechten, also zum Beispiel dieser Pulli, wow, einfach noch hochqualitätig, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen will, Schlüssel, let's checken, okay, Schlüssel, ja, okay, das ist meine, würde ich sagen, ich nehme euch mit, ja, okay, perfekt, Leute, hier, da wo ich wohne, da oben ist vermietet, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal was zum Trinken kaufen, weil ich kann nicht, auf jeden Fall hab ich mir eine Unterhose auch geholt, ähm, weil es ist unbequem, alle, diese Unterhosen und so, und deswegen, ähm, ich sag, wenn das dann nochmal gehen, äh, ich glaub, das ist da vorne oben irgendwo, das ist auch egal, Freunde, dann sag ich nehme euch damit, bis gleich, ciao, und da bin ich wieder, auf jeden Fall, Freunde, ich hab mir viele Sachen gewinnt, das heißt viele jetzt, beziehungsweise nicht so viel, das ist mir gehandhabt, zeig ich euch gleich, schon bisschen komisch, hier, ähm, in die Kamera reinzureden, ganz banal, erst mal Vlog und so, ähm, ja, dann steh ich den euch einfach mal mit, ähm, zum Beispiel Vlog, ist Bescheid, ich war grad bei so einem Laden, ich weiß, was das heißt, Chakra, ähm, ich bin selber Türke, aber ich hab mir so viel auf, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist echt die ganze Welt, da kann man sich erzählen, ok, bis dann, tschau. Ja, das ist echt die ganze Welt, da kann ich, wenn ich raus reingekommen, heute mal weg, ich hab mir so viel laufen, ich hab mir so viel laufen, ich bin gefühlt von 20 Kilometern, ok, ich freu mich, äh, also ich bin da drüben, langsam, äh, auf Bild, ich bin da drüben, mal noch Alkade, und dann hat er dann halt ein, äh, so Lacken, können wir mal reinschauen, so, also, hier, das war irgendwas, das war wirklich� Qualмерии, das brothersShit Recordem Life, also, hier rein.. T 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 Das war's. Da wird dann eine kurze Hüte Ich muss eh jetzt aus der Lette gehen Leider zu kackern Ich suche wahrscheinlich für ein Lassdruck Ich würde ja nicht Ich habe mir viel gewachsen Ich habe mich auch nicht scharf auf dem Für heute ist es mehr Morgen viel geht es um Sport Das war ein Zimmerwichtiges Morgen geht es um das Fitnessstudio Auf dem Foto zusammen Und Was machen wir? Wir treten Von meiner Sicht aus Die Dauern Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschö Und Los Zwei 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 Danke, Leute. Bye-bye.